Ok, wir sind live. Hier werden wir das Horoscope Girls eigentlich drehen. Ein paar Lichte. So schaut's aus heute hier in Nord-Hollywood. Und wir sind im UTV-Studio. Da bin ich. Und wie geht's? Ja, ich bin am Lernen. Dürfen wir reinkommen? Ja, ihr dürft reinkommen. So, Susi ist bei Lernen. Ja, ich versuche mir gerade meinen Text zu meiner neuen Horoskop-Folge einzutrichtern. Und ich denke, ich bin auf einem guten Weg. Cool. Wie viel Zeit denkst du, dass du brauchst? Wir haben eine Stunde bevor der nächste Dreh. Und du kannst natürlich um zwei anfangen. Sollte ich tatsächlich noch etwas Zeit brauchen, das wird ein bisschen knapp, dann werde ich es natürlich nach dem nächsten Dreh machen. Bis dahin sollte der Text auf jeden Fall sitzen, sodass wir nicht lange brauchen werden. Aber es kann sein, dass wir das jetzt auch noch vorher schaffen. Cool. Und dann wo kommt das Klang gerade eben? Was ist das? Ja, das ist das. Was ist das? Was ist das? Ja, das ist das. Oh nein, jetzt sehe ich mich hier gerade live im Internet, oder wie? Ja, ja. Sehr schön, Schatz. Auf unserem Kanal sieht man mich jetzt in der Natur. Ja, und kannst du dich kurz abbrechen und zu unserer Webpage live israelatv.com gehen? Ja, und nur, dass ich sehe, dass die Spieler da gut funktionieren. Ich bin sehr happy mit iPhone-Qualität und Streaming. Das ist toll. Ja, sehr schön. Also, scheint zu funktionieren. Ich lasse Susi in Ruhe, dass sie ihr Text und so fertig machen kann. Ihr wart dabei, unser Livestreaming in Underground TV Studio hier in Nordhollywood, Kalifornien. Und ja, ich log mal aus und wir sehen uns später. Ciao. Ciao. Vielen Dank.